Weiter geht's. Ich habe ein bisschen geschnitten, glaube ich, sonst ist mir das jetzt alles ein bisschen zu viel für ein Level. Da folgen mir tatsächlich gerade schon wieder welche. Das sind mir jetzt gerade ein paar zu viel. Ich kann mich jetzt gerade noch nicht orientieren. Das sind freundliche. Das sind Megapiste. Und denk daran, wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Ne? Die Gelben sind doch nett. Die Gelben sind doch nett. Dann komme ich mit Gelb. Dann soll Gelb mal ein bisschen weiter darüber, ne? Hier ist tatsächlich was geöffnet, glaube ich. Da muss jetzt ein grüner, ein grüner, ein grüner. Weiter geht's. Jetzt brauche ich einen orangenen. Das heißt, ich nehm, opfere dich mal. Ich hab doch da orange. Also, hier orange. Da orange. Da orange. So. Jetzt geht's weiter. Das ist jetzt die orangene Linie. Die führt mich hier an einem bösen Blauen vorbei, den ich aber ganz schnell easy peasy... Ja, nein, der kann da sogar rein. Das ist sogar noch einfacher. Okay, jetzt habe ich einen roten hinter mir, den ich eigentlich nicht in die Richtung... Jetzt also bitte hier lang. Nein? Nein, 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 nein. Das reicht schon. Das war jetzt einfach. Im Gegensatz zu dem, was ich eben da so lange gebraucht habe, war das jetzt einfach. Also, ähm, erinnerst du dich an den Einbruch in unserem Aktienkurs, von dem ich dir erzählt habe? Ähm, wie es scheint, werden wir den Laden hier dicht machen. Nein. Und, äh, da diese Einrichtung nicht unbedingt, äh, legal ist, äh, ich will dich hier jetzt nicht mit fachchinesisch langweilen. Der Punkt ist, dass in diesem Fall den Laden schließen bedeutet, den Laden niederzubrennen. Also wäre es eine gute Idee, zu rennen. Los! Aua! Schnell, rechts! Äh, ich komme nicht gerade durch. Oh, äh, ich meinte links. Du bist auch scheiße, ey. Komm rüber. Braucht dich bestimmt, braucht dich nicht. Also jetzt nochmal alles in schnell, oder was? Boah, mach mich doch nicht nervös. Mach mich doch nicht nervös. So, geh rüber. Wow, fuck. Das war eine wunderbare Demonstration dessen, wie man diese Kammer nicht löst. Gute Arbeit. Dankeschön. Also wäre es eine gute Idee, zu rennen. Los! Ja, aber das ist doch unfair. Das ist jetzt... Schnell, rechts! So, jetzt. So, jetzt, 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 jetzt. Nein, jetzt. So, durch, danke. Dann bitte einmal da hinten. Aua Blaue bitte hin Danke, danke Los, schnell, schnell, schnell Und Mach mal, mach mal, mach mal Platz da Ah, es ist so laut Es ist so laut Nein Und schon wieder tot Ach, gescriptet Neues Feature Und zwar jetzt mit Taschenlampe Es brennt weiter Das Feuer Brennt weiter Aber Geht mal bitte da hin Ich muss hier raus Ich muss hier raus Ich muss hier mal ganz ehrlich sagen Das hat mich jetzt gerade schon Ein bisschen überrascht Hier scheint Schrott zu sein Heißt, da ist nicht mehr viel zu machen Komm mal mit, bitte Wow Zu deiner Sicherheit Und der Sicherheit anderer Versuche bitte nicht auf tödliche elektrische Wartungskacheln zu treten Oder dein Gesicht daran zu reiben Warum ist die Musik Wie ist die Musik jetzt eigentlich so freundlich Ich bin doch In der gefährlichsten Situation Seitdem es Menschen gibt Hey, ich wollte die gerade deaktivieren So Also Würde ich mal sagen Geht's hier weiter? Vielleicht? Nein Der Raum ist leer Zum Glück muss ich jetzt nicht mehr so schnell sein Das ist auch schon besser So Aber hier wird wahrscheinlich noch vorsichtig Das könnte am Ende echt risky werden Die Teile sollte man nicht berühren So Aber der Raum ist leer Hier befindet sich auch nichts Nice to know Hier geht's vielleicht raus Das ist ein grüner Den muss ich jetzt da einfach Ganz entspannt rüber bringen Aber Wie geht das hier weiter? Hier bleibt mir eigentlich nur die Option Das Teil zu deaktivieren Damit ich rüber kann Und Exit War's das jetzt? Hab ich das Spiel geschafft? Hallo Kannst du mich hören? Hallo Du warst jetzt eine ganze Weile bewusstlos Und ich würde dir empfehlen Dich beim Beenden der Test zu beeilen Bewegung Warum muss ich mich jetzt beeilen? Was? Was? Ich bin eingesperrt Hallo? Ich bin da jetzt da Holt's bisschen raus Hallo Kannst du mich hören? Du warst jetzt eine ganze Weile bewusstlos Und ich würde dir empfehlen Dich beim Beenden der Test zu beeilen Bewegung Scheiße ey Ja Ja aber ey Ich resette nochmal Hallo Kannst du mich hören? Du warst jetzt eine ganze Weile bewusstlos Und ich würde dir empfehlen Dich beim Beenden der Test zu beeilen Bewegung Da ist sogar noch roter entspannt Eigentlich So Das war der falsche Danke Dann geh mal zu dem Oder nicht Musst du zu dem Oder zu dem Nein Also nur der da vorne Wow Geschafft Ich bin der Profi in diesem Spiel Das weiß doch jeder Tut mir leid Ich konnte die Verbrennung etwas verzögern Aber du musst dich langsam wirklich beeilen Ich bin der Ich bin der Verstehende Jetzt habe ich wieder alles kaputt gemacht. Ich mache aber alles kaputt in diesem Spiel. Tut mir leid. Ich konnte die Verbrennung etwas verzögern, aber du musst dich langsam wirklich beeilen. So, wie komme ich denn da hin? Die einzige Option, die ich wirklich nutzen kann, wäre die. Kann man das sehen? Das kann man alles nicht sehen. Wir waren früher mal Fernseher. Wir waren früher mal Fernseher. So, ich habe jetzt einmal ganz kurz Selbstmord begangen, weil ich gerade zu faul war, auf Z zu drücken. Versuche bitte nicht auf tödliche elektrische Wartungskacheln zu treten oder dein Gesicht daran zu reiben. Oh, tut mir leid. Ich konnte die Verbrennung etwas verzögern, aber du musst dich langsam wirklich beeilen. Da ist noch einer drin. Das ist gemein. Es wird höchstens sein, dass ich dich dadurch rauskriege. Und den anderen halt nicht. Das ist halt ein Blauer noch. Nein, das ist auch ein Roter. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt genau hier habe. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Wird ein bisschen verpeilt auch vielleicht. Tut mir leid. Ich konnte die Verbrennung etwas verzögern, aber du musst dich langsam wirklich beeilen. Ich weiß nicht, ich rede gerade auch viel zu wenig. Weil ich nicht, weil ich halt echt gerade keine Ahnung habe, wie ich das hier machen soll. Das ist jetzt noch komplizierter meiner Meinung nach, als das, was ich davor gemacht habe. Tut mir leid. Ich konnte die Verbrennung etwas verzögern, aber du musst dich langsam wirklich beeilen. Ich frage mich, warum ist hier einer, warum ist hier einer, der... Da scheint einer drin zu sein hinten in der rechten Kammer. Der eventuell... Da rüber kann. Geht das irgendwie? Ist das... Ich weiß es nicht. Ist das eigentlich ein Aggressiver? Es ist ein Aggressiver. Sehr schön. Also kann ich den erstmal ganz kurz an der Wand saven. Oh mein Gott. Warte mal. Ich kann den einen daran saven. Das Problem ist, kann man die einfärben? Die kann man einfärben, ne? Ja, wunderbar. Die kann man einfärben. Heißt, der geht tot. Aber jetzt muss ich, rein taktisch gesehen, dich auch einfärben können. Wichtig ist, ich muss erstmal den anderen holen. Dann kann ich gucken, wie ich das am besten am schlauesten löse. Geh mal bitte da hin. So, dann einmal da hin. Jetzt muss ich das theoretisch... Ausbalancieren. Ich kann halt immer nur Zeit rausretten. Aber ich muss den einen wahrscheinlich echt einfärben. Das wäre aber... Schon hart dumm. Heißt... Ich weiß es, ich bin... Ich muss erstmal das Ding wegmachen. So. Ich bin gerade echt dumm gewesen. So. Heißt, du, Rot, geh da hin. Mach's kaputt. Danke. Jetzt. Weiter. Jetzt habe ich nur noch einen. Das war mir ja klar. So, jetzt kommst du. Jetzt kommst du weg. Jetzt. Rot. 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 Reicht nicht. Reicht nicht. Dann nicht Rot. Aber Rot. So. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Jetzt. Rot, Rot. Äh, ist... Äh, und... Äh. Rot und Rot. Rot. Und dann musst du da wieder rein. Dann musst du da selber wieder rein. Rot. So, warte. Ich gehe da mal ganz kurz gucken. Dann muss ich dich da mit... Rot reinkriegen. Ich kann dich mit Orange da reinkriegen. Das ist deine Idee. Mit Orange könnte ich dich da reinkriegen. Dann könntest du auch... Müsste ich hier noch einmal deaktivieren. Rot. Dann... Wenn ich dich jetzt mit Orange da reinkriegen würde, dann könntest du eigentlich, glaube ich, wenn ich das dann kaputt mache, das geht ja von der Mitte, dann... ...sollte das klappen. Heißt... Ich mach so. Mach so, so. So, so. So. Setz dich auf Orange. Und mach dich kaputt. Und hab's. Und hab's. War schwieriger als gedacht. Aber es geht. Es geht immer noch. Bei euch. En ecology. Und du bist. rea Energien. Deut. Die re context.